Wir haben einen Diplomatik-Message getroffen. Und damit... Herzlich Willkommen zu Let's Play! Knights of Honor! Das ist der Kriegsströmung. Mein Herr, wir haben sie hart gestorben. Sie können nicht zurückkommen. Die Rats sind verwendet. Wir haben Probleme mit der öffentlichen Bevölkerung. Sie werden uns. Auf nach Tver! Okay. Okay, das könnte interessant werden. Tatsächlich. Scheiße, erst mal da drauf. Scheiße, erst mal da drauf. Wachs brauche ich ja auch nicht. Eine neue Konstruktion ist fertig, Sir. Eine neue Konstruktion ist fertig, Sir. Ja? Ja? Für Honour. Anfänger. Anfänger. Okay. Das ist es. Ein Allemher. Alles ist verloren. Das ist es. Das ist es. Ein Allemher. Alles ist verloren. Alle ist verloren. Das sind Ausnahmen. Diese Stops hat gekriegt. Die Schale wurde aus dem Blancen. Die Schale wurde aus dem Blancen. Die Schale wurde aus dem Blancen und sie wurde aus dem Blancen. Die Schale wurde aus dem Blancen, nein? Ich habe halt nur eine fucking Prinzessin und der ist schon ehrwürdig. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Herr. Eine neue Gebäude hat sich gebaut, Herr. Eine neue Gebäude hat sich gebaut, Herr. Scheiße auf Tinta, Scheiße auf das Boot. Das machen wir auch mal weg. Eine Provinz hat sich erfolgreich verändert. Mein Liege. Der König kann halt jeden Moment sterben. Das ist halt echt scheiße. Der König ist, Herr. Ah, der König ist eingesetzt. Natürlich schmerzhaft. Oh, die Scheiße, die Dinger hier. Die braucht kein Mensch. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Ein neues Gebäude wurde gebaut, Herr. Politisch. Ich glaube, hier war doch auch noch was, oder? Ach, Scheiße, die sollte ich jetzt mal wegmachen. Was könnte er so was von knicken? Herr, der Krieg schmerzt uns. Herr, der Krieg schmerzt uns. Herr, der Krieg schmerzt uns. Rückwärts! Alles ist verloren! Rückwärts! Der Krieg schmerzt uns. Jetzt müssen wir sie fertig machen. Hm? Ja, falsche Tester. Schmerz! 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 Ach, limite! Schmerz! Na, den Soldaten! Schmerz! Ich kann es halt echt vergessen, wenn die so langsam sind. Sire, der Krieg hat Angst. Der Krieg ist verheiratet, mein Herr. Alles, das ist es! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich kämpfe nicht mehr! Das ist voll ärgerlich. Wir hätten echt nur noch einen männlichen Thronfolge gebraucht und dann wäre es kein Problem gewesen alles. Jetzt muss ich halt damit rechnen, dass es vielleicht richtig schief geht. Mach zurück! Mach zurück! Der Krieg war schief. Jetzt müssen wir sie fertig machen. Herr, die Krieg der Krieg sind durch unsere Lande. Ja, mein Herr. Wir werden die Kastel verabschieden. Ich habe die Kastel geöffnet. 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 ganz wichtig jetzt ganz viel speichern bei jeder jeden moment könnte der könig darauf gehen We now control a tower, my lord. Double time, man. Sire, the enemy is near defeat. Show me your heels. Run, run, run. Run, run, run. Show me your heels. We have captured the tower. Run faster. March on. The enemy marshal is in our custody. Good day, sir. I'm going to go to the laggard. We were rewarded a glorious victory. What is your wish? Sire, we have spotted enemy troops, marching through our lands. Let the sun always shine. A new construction has been finished, Sire. Oh, with them I don't have a war. Krieg, Krieg, Krieg. Okay. Ufer. I'm getting the Ufer. Sire, you have a diplomatic letter, sir. A province has been successfully converted. God bless you, my lord. A new construction has been finished, Sire. A new building has been built, Sire. Yes? A province, Sire. We have spotted enemy troops, marching through our lands. Mein Liege, what is your command? Sire, we have any tragic news. Dein King has died. Ah, good, der Spion. Irgendwas verloren? Nee, sehr schön. Dann... ...steht ihm erstmal nichts mehr im Wege, dass wir erfolgreich werden. Wir haben ein neues Gebäude, Sire. Ein neues Gebäude hat sich gebaut, Sire. Milord, enemy troops are marching through our lands. This is the castle we are going to attack. Okay, perfekt. Keine Verteidigung. The rats surrendered. Good news. The enemy surrendered. We have captured the enemy marshal. Er kann mich mal. Good news, Sire. What is your command? I greet the brightest ruler in the world. Ach, is this not even normal in control? Natürlich. I greet the brightest ruler in the world. Oh, die sind aber sehr unglücklich hier. May God bless you. Sire, we were awarded a glorious victory. Taylor and Vinary. Taylor and Vinary. We have built a new building, Sire. We have built a new building, Sire. We have built a new building. We have built a new building, Sire. Eine neue Konstruktion hat sich fertiggestellt, Sire. Das ist ja überhaupt nicht. Eine neue Gebäude hat sich fertiggestellt, Sire. Sire, wir haben in den Krieg gegründet, die durch unsere Lande bemerkt. Es fehlt uns ein Geld. Es fehlt uns ein Geld. Gut, die sind die Soldaten zurückgebracht. Sire, die Soldaten bemerkt für die Merse. Gut. so was brauchen wir brauchen nicht ist das ein flitscher? Axt schmied zum schrott da waren wir auf jeden fall durch ja, starve the castle good day sire a new construction has been finished sire ich brauche mehr Geld ich habe eigentlich nicht wenig, aber ich brauche mehr wir haben ein neues Gebäude, sire ja? schau die Citadel des Fehmens da geht man da hin bannert sie weg oh, er rät eine Bogenschütze, schön oh, er hat ihm echt die Truppe getötet ja, danke stall, verzicht mal drauf talk, pig wer ist dein Meister? eine neue construction has been finished sire was ist deine commande? diese sind die letzte remnanten der resistenz in der vicinity das enemy ist verheiratet, mein lord ja, ja noch ein, zwei Aufnahmen sind wir durch das war ich nicht mehr ich will nicht sterben alles ist verloren zurück wir töten den Fehmensleiter zurück zum kassel lass die Sonne immer kreuen und schau die brillerste Rühne über die brillerste Rühne gute Tage, sire ich versuchte Gott dir meine Herr ich begrüße die brillerste Rühne ich begrüße die brillerste Rühne Ein neues Gebäude wurde gegründet, Herr. Unsere Arme haben noch ein anderes Kampf gewonnen. Zurück nach Ufer. Lass die Sonne immer schreien. Unsere Arme haben noch ein anderes Kampf gewonnen. Du wirst hier nie bleiben. Du bist mein. Mein. Mein, allein. Herr, ein Messenger. Eine neue Konstruktion wurde beendet, Herr. Herr, eine neue Konstruktion wurde beendet, Herr. Okay, gut. Ein neues Gebäude wurde beendet, Herr. So, machen wir jetzt groß weiter. Da. Herr, Lord. Die Flüchtlinge sind durch unsere Lande. Ein neues Gebäude ist fertig, Herr. Ein neues Gebäude wurde beendet, Herr. Herr, wir haben noch ein neues Gebäude. Ein neues Gebäude wurde beendet, Herr. Wir haben auch gespielt, Herr. Der Wind hat nur noch gespielt, Herr. Herr, wir haben gewonnen. Sehr gut. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Herr. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Herr. Herr, wir haben Flüchtlinge beschlossen, die durch unsere ... Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Was ist dein Wunsch? Oh, ja, da soll ich mal weitermachen. Wir haben eine diplomatische Message bekommen. Das Gegenteil steht hier. Das Gegenteil hat Rebellen. Das Gegenteil hat Rebellen. Äh, okay. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Das Gegenteil ist verheiratet, Herr. Alles ist verloren! Herr, Herr, Herr! Mein Herr, du hast sie verletzt. Leber sind z Exceptionsverrug. Leber soll nicht er JB den Se bulten wieder zu videoschreiben. Er wirdamente weg gemacht. Ich fangen an. Ich habe null zu, weil Precis, D Bring! Ich fangen an. Ich komme an. Thief ist verdammt, effectiveness, je hjälpte an! back to the castle da bin ich da habe ich gerade kassiert so sehr schön wir machen wir fertig ein neues buch hat sich gebaut die früge der Flüge haben sich geschlagen eine neue Konstruktion hat sich geplant was ist dein Schwerpunkt? kein Schwerpunkt ein neues Schwerpunkt hat sich geplant eine neue Konstruktion hat sich geplant ein neues Schwerpunkt hat sich geplant ein neues Schwerpunkt hat sich geplant Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Sire. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Sire. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Sire. Der Armeer ist hier. Der Armeer ist verheiratet, mein Herr. Der Armeer hat die Anführungen. Der Armeer ist verheiratet. Das sind keine Rebellen. Oder? Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Du wirst nie hier leben. Wir haben eine neue Konstruktion gebaut, Sire. Was ist deine Kommande? Sieh, die Stadeln des Fehmens. Wenn ihr einen Königssohn oder sowas tötet, und die Leute sind unglücklich, wenn ihr sie übernehmt, dann habt ihr auch weniger, ähm, ähm, na, Rebellen. Wenn ihr sie übernehmt. Weil die ja unglücklich waren. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich? Wollt ihr mich? Wohnen, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. ja so wir haben eine neue konstruktion hat eine neue konstruktion hat hat was ist dein Komm schon. Lass uns sie sterben. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Was ist dein Willen? Politische Gebäude. Lass die Sonne immer schreien. Ich begrüße die wunderschöne... Das ist der Fehmensbruch. Zeig mir deine Hälte! Hör auf! Kör auf! Ruh an die Wände! Lass uns gehen! Psy, der Fehmensbruch verbringt. Geh! Der Rundschirm! Ruh an! Der Fehmensbruch ist mit der foreign Partei. Ja. Ja. Polotec. Oder so komisch. Polotec. Mal schauen weg, 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 weg. Schafe? Schafe sind willkommen. Eine neue Konstruktion hat sich fertiggestellt, Sire. Eine neue, wir haben erfolgreich ein Problem verändert. Die Wände waren noch gebellen. Die Wände waren noch gebellen. Wo? Nee? Nee? haben die ein eigenes das ist eigentlich sein gesicht also versucht man mit ihm handel ja sicher komische wurden mir irgendwer als eigenes königreich angezeigt warum weiß ich nicht ja was sind dahinter nicht rebellen die enemy marshalte Politische Sicht. Ja, mein Lieber. Anstieg. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht, Herr. Eine neue Gebäude hat sich gebaut, Herr. Eine neue Konstruktion. Eine neue Konstruktion hat sich gebaut, Herr. Eine neue Konstruktion hat sich gebaut, Herr. Eine neue Konstruktion hat sich gebaut, Herr. Ähm... Ach, mir fehlen Minerale. Scheiße. Ach, was soll's. Okay, was brauch ich hier? Wachs. Brauch ich auch Farben. Farben hab ich nicht. Den Wein dürfte aber behalten. Wir haben erfolgreich verabschiedet, Herr. Wir haben gegenwärtige Truppen verabschiedet. Wir haben gegenwärtige Truppen durch unsere Lande. Was ist deine Kommande? Wir haben gegenwärtige Truppen verabschiedet, Herr. Ein neues Gebäude hat sich gebaut, 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 Herr. Ich bin ein neues Gebäude. Sie müssen sie weg, oder? Ich bin ein neues Gebäude. Fähig. Ich bin ein neues Gebäude. Ich bin ein neues Gebäude. Sion, das Gegner ist nahe der Gefahr. Doppeltag, Mann! Sion, das Gegner beigetet für Merse. Zu schnell! Doppeltag, Mann! Doppeltag! Mach auf! Gute Nachrichten! Das Gegner hat sich verabschiedet. Äh, Pfeile leer? Okay. Der Marschall ist weg. Ja, das war... Wahrscheinlich hätte ich noch eine Chance gehabt, aber... Eine neue Konstruktion hat sich fertig, Herr. Was ist deine Kommande? Wärme Essen, am Ende. Milord, die Kriegsgruppe sind durch unsere Lande. Eine neue Konstruktion hat sich fertig gemacht. Wir haben ein neues Gebäude, Herr. Wir haben ein neues Gebäude, Herr. Wir haben ein neues Gebäude, Herr. Nepal. Wir haben ein neues Gebäude, Herr. 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 Eine neue Konstruktion hat es jetzt nicht genug gemacht, Herr. Wir haben ein neues Gebäude, Herr. Es ist... Eine neue Konstruktion hat sich fertiggestellt, Herr. Eine neue Gebäude hat sich gebaut, Herr. Beobacht die Zitadelle des Fehmens. Herr, der Fehmens ist nahe zufrieden. Aber die haben mir das letzte Mal ordentlich gezeigt. Wenn es zu viel ist, dann schaffst du es auch irgendwann nicht mehr. Hurra, ein Prinz auch noch super. May Gott bless you, mein Herr. Hat er schon mit einem Kind? Naja, im Grunde, ja. Hat nicht nur positive Seiten, bin ich ganz ehrlich. Unsere hat sich entschieden, ich werde jetzt mal krank und schlafe einfach mal gar nicht mehr. Ab wo wir so extreme Kriegserschöpfung haben. Sind die Leute jetzt glücklich? Dann holen wir auf jeden Fall die. Hallo. Ihr schafft das nicht. Ja, mein Herr. Wir haben ein neues Gebäude, Herr. Ja? Noch eine glörelle Vierer. Geh, Pige! Wer ist dein Master? Anatolien. Der hat keine 1500. Wer ist dein Master? Das ist echt schwach. Wir haben eine neue Gebäude, Herr. Deine Star, eine Version. Mein Liege. May Gott bless you, mein Herr. This is the enemy's stronghold. Hurry up! Run faster! Ready? Peace, lalalers! Run! Let's move! The rats and loyalist dogs are rebellious. The rebels! May God bless you! May God bless you! Okay, we have here Farben and Skulpturen. Hmm. There isn't going on the table. Skulpturen. There is the workshop. A new construction has been finished, Si. Yes. Okay. We don't need that. That's why we don't need that. That's why we don't need that. That's why we don't need that. What is your command? For the crown? The loyalists are killing innocents. See the cowardly shape. Si. The enemy morale. That's it. I'm out of here. The enemy is disheartened. Retreat! Okay, that's why we don't need that. Retreat! Okay, that's why we don't need that. Okay, that's why we don't need that. Let's go! I don't need that! Retreat! line in the fight. One... We build a new building, Si. A new building has been built, Si. 1 dollars tough for the resurrection. We build a new building, Si. Man, A new building has been built, Si. We build a new building, Si. Hurrah! Wir haben eine Provinz erfolgreich verabschiedet. Ich begrüße den wunderschönsten Rulern in der Welt. Der wunderschönsten Rulern und seine Klinik. Wir haben ein neues Gebäude, Sir. Milord, Feierabend. Wir haben ein neues Gebäude, Sir. Was ist dein Geheimnis? Hurra, ein reiches Kind ist geboren. Noch ein anderes glückliches Gebäude. Wir haben ein neues Gebäude, Sir. Eine neue Konstruktion hat sich fertiggestellt, Sir. Ein neues Gebäude hat sich gebaut, Sir. Ja, ja, ja. Okay, da ist ein Bug entstanden. Ja. Oh, der ist ja noch viel besser, der Bug. Ja, mein Herr. Okay, den kenne ich nicht, diesen Bug. Ganz ehrlich. Wir haben eine diplomatische Message bekommen. Ein neues Gebäude hat sich gebaut, Sir. Dieser Bug ist mir echt unbekannt. Ja, Sir. Eine politische Seele. Ähm. Du hast eine diplomatische Liste, Sir. Lass uns sie zu sterben. Der Krieg steht hier. Der Krieg hat drei Verletzungen. Der Krieg steht hier. Eine neue Konstruktion. Die Krieg haben noch eine andere. Das ist das Kastel, das wir attacken werden. Schau mir deine Höhle! Der Krieg hat drei Verletzungen. Äh... Ich wusste gar nicht, dass er da rüber schießen kann. Der Krieg hat schwerer Verletzungen. Sicherere die Kräfte! Der Krieg hat schwerer Verletzungen. Der Krieg hat drei Verletzungen. Dibliere die Höhle! Run! 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 Double time, man! An der Weg! An der Weg! Der Fehlmarschall wurde geblieben. Jetzt müssen wir sie beendet werden. Der Fehlmarschall wurde geblieben. Jetzt müssen wir sie beendet werden. Siehst du, die Außerirdischen sind auf der Reise. Der Sonne wird immer geblieben. Der Sonne wird immer geblieben. Eine neue Konstruktion hat sich gemacht, Sire. Eine neue Konstruktion hat sich gemacht, Sire. Sire, die Arme mussten haben uns geblieben. Wir haben neue Konstruktion gebaut. Wir haben neue Konstruktion gebaut, Sire. Ja, mein Herr. Für den Krieg. Noch eine älter glückliche Siege, Sire. Der Fehlmarschall hat diese Schweine bezahlt, um unsere Lande zu terrorieren. Wir haben alle umgekehrt. Der Fehlmarschall ist geschehen, mein Herr. Aber... Wir haben uns verabschieden, dass wir nicht mehr überraschieren. Wir haben alle umgekehrt. Geflügt! Geflügt! Alles ist verloren! Alles ist verloren! Der Fehlmarschall ist tot. Politisch. Was ist dein Wettbewerb? Nicht entdecken oder verlassen dieses Kanzel. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Unsere Wettbewerb-Truppen haben unsere Grenzen geschlossen. Ich begrüße den größten Regierer in der Welt. Eine neue Konstruktion hat geschlossen, Herr. Siehe, die Stadel des Wettbewerbs. Bauern. Definitiv eine der schlechteren Wahlen für Verteidigung. Klar, sie sind besser als nichts. Aber du kannst halt nicht viel mit dem machen. Ich baue ihn eingesetzt. Ich baue ihn eingesetzt. Ich baue ihn eingesetzt. Traurig, 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 traurig. Milord, eine neue Konstruktion hat geschlossen, Herr. Da ist der Fehlmarschall. Ich hoffe, sie werden uns überrascht. Bei uns überrascht. Mein, mein allein. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. 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 Ja, mein Herr. Um zu kämpfen und zu kämpfen. Die Loyalisten töten Innocenten. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Ich glaube, zum Schluss kann ich mir das auch schenken, die alle eins richtig einzugliedern, sondern hol mir einfach nur alles, was geht. Sie sehen, dass der König schlägt. Ich will nicht sterben! Reaktion! Geh zurück, geh zurück! Das ist es, ich bin aus. Wir haben den Krieger verletzt. Die Krieg werden wir uns. Politische Sicht. Was ist dein Bestand? Für Valor. Abandone deine Hoffnungen, denn niemand geht für dich. Das ist nicht mehr. Wir haben ein neues Gebäude gebaut, Herr. Ein neues Gebäude gebaut. Wir haben ein Paus geutscht. O людям wurde ein neues Gebäude gebaut, Herr. Gott verwendet Sie, Herr. Sie sagen, Herr. Das war das散 capable von der Krieger! Nichts! das königreich ist ja wäre ich auch wenn ich feststelle scheiße ich habe kann ich habe nichts haben wir das königreich hier auch wundervolle news my life one of our knights is killed der welt ja was sie denn erobern holen sie dir Wir haben ein neues Gebäude, Sir. Guten Tag, Sir. Politisch. Was ist dein Bestand? Herr, ich präsentiere dich... Aber es wird weniger. Gott sei Dank. Guten Tag, Sir. Mein Liege. Eine neue Konstruktion hat fertiggestellt, Sir. Ja, mein Liege. Der Sonntag wird schreit. Eine neue Konstruktion hat fertiggestellt, Sir. Eine neue Gebäude hat sich gebaut, Sir. Wir haben eine Provinz erfolgreich verändert. Wir haben ein neues Gebäude, Sir. Politisch. Wir müssen auch alle mehr gehasst werden, jetzt. Weil... ... ich mit allen im Krieg bin. Das heißt, sie haben permanent Kriegserschöpfung. Klar, ich hab sie auch, aber... Eine neue Möglichkeit ... ... sage, er wird rechneiden. Herr, der Arscher hat gleich Flachverkehr. Der Arscher hat die große Verluste... Schau! Auf unsere Weg! Das ist doch, der Arscher hat erörtert. Nichts, keine Übrigkeit. Den Arscher! Diese Übrigkeit hat erörtert. Die gute Nachricht hat erörtert. Beinahe schiefgegangen. Moldawien? Ein neues Gebäude wurde gebaut, Herr. 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 Guten Tag, Herr. Politische Sicht. Ja, schau das Kassel. Ich begrüße den größten Gebäude in der Welt. Roger. Ein neues Gebäude wurde gebaut, Herr. We can't bless you, mein Lord. Let the sun always shine on you. Gnade ist ausverkauft. Gnade ist ausverkauft. Let the sun always shine on you. We have built a new building, sire. My Lord, a new construction has been finished, sire. Sire, we have spot, sire. A messenger has arrived. A new construction has been finished, sire. Guten Tag, sire. Du kommst jetzt zu Gott? Ja, mein Lord. Politischer Sicht. it the Sun always shine on you yes behold the citadel of the enemy Na, die haben wenigstens was gebaut. Oh ja. Den haben wir es gezeigt. Ich grüße den wundervollsten Rundler in der Welt. Lass den Sonnen alle schreien. Braucht man nicht, braucht man nicht. Der King ist tot. Okay, da sitzt auch kein Prinz mehr der Typ da. Der King ist tot. Der King ist tot. Der King ist tot. Gott sei Dank. Ich grüße den wundervollsten Rundler. Da ist auch noch viel zu tun. Da ist auch noch viel zu tun. Unsere Armeien haben noch ein anderes Krieg gewonnen. Guten Tag, Sir. Ja. Ich grüße den wundervollsten Rundler in der Welt. Ich bin nur noch ein paar Jahre alt. Ein neues Gebäude hat sich gegründet, Sir. Wir haben ein neues Gebäude, 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 Sir. Ja, Herr. Ja. May God bless you. Oh, das hier sollte ich jetzt endlich mal machen. Ja, ja, ja. Letzte Stadt hier für die Aufnahme. Nicht gebaut. Idioten! Ach, Arminian. Sollen Sie doch Ihre Scheiße machen. Sollen Sie doch mal? Ja, ja. Sollen Sie doch mal? Ein neues Gebäude hat sich gebaut, Herr. Was ist Ihr Wissen? Ich bebe. Die Loyalisten töten Innocenten. Herr, das Gegenteil der Moral bewegt sich. Das Gegenteil ist verheiratet. Ja, du wirst nie wieder kämpfen, das verspreche ich dir. Retreat! Das Gegenteil ist verheiratet. Jetzt müssen wir sie fertig machen. Politisch. Mein Liege für Valor. Anstrengung. Herr, Sie werden Sie eine glückliche Verkäufe verdient. Eine neue Konstruktion ist fertig, Herr. Lassen Sie doch mal. Lassen Sie doch alle schreien. Das Ding ist tatsächlich fast fertig. Okay, dann würde ich sagen, das war... Let's Play Nights of Honor für heute. Ich sage Charme Wichtlein TV. Und wir sehen uns... Dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Zwei Leute. Es sind noch vier andere Reiche. Oh. Handeln ist vollkommen eingebrochen. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja!